Musik Karl-Heinz Junkermann ist einer von tausend Mietern der Nassauischen Heimstätte in Wiesbaden-Klarental, die das Stadtteilfernsehen K4 empfangen. Woche für Woche mit aktuellen Themen. Die Bewohner des Stadtteils und ihr tägliches Leben stehen im Mittelpunkt des Programms. So vielfältig, lebendig und bunt wie der Stadtteil selbst ist das Programm. In Klarental wohnen 10.000 Menschen. Die Hälfte davon hat ihre Wurzeln nicht in Deutschland. Viele deutsch-russische Menschen sind unter ihnen besonders ältere, die wenig Möglichkeiten haben, sich am Gemeinleben zu beteiligen. K4 Klarental bringt den Stadtteil ins Wohnzimmer und motiviert, sich zu beteiligen. Für die Nassauische Heimstätte koordiniert Thomas Henn das Projekt. Mit unserem Mieter-Informationskanal hier in Wiesbaden-Klarental gehen wir über unsere Aufgaben als Vermieter und Verwalter hinaus. Wir stellen uns unserer sozialen Verantwortung etwas für dieses Quartier, für die Lebensqualität in diesem Quartier zu tun. Wir möchten zur Stabilisierung des Wohnumfeldes beitragen. Wir möchten die Kommunikation im Stadtteil fördern. Dadurch, dass Mieter miteinander sprechen, werden Sprachbarrieren abgebaut, Konflikte und Probleme entstehen gar nicht erst, sodass wir als Nassauische Heimstätte eingreifen müssten. Das ist unser Ziel, was wir mit diesem Mieter-Informationskanal bezwecken. Seit dem Programmstart des Informationssenders im Jahre 2006 treffen sich regelmäßig Vertreter des Volksbildungswerkes, der Nassauischen Heimstätte und des Kamerateams. Sie wählen Programmangebote aus, sichten Vorschläge der Mieter und bringen Ideen ein. Das Volksbildungswerk ist ein leistungsstärker Partner der Nassauischen Heimstätte. Die Erfahrung im Stadtteil macht den neuen Sender aktuell und bringt ihn den Menschen nahe. Die Macher sind sich sicher, an Themen für ein eigenes Fernsehprogramm wird es nie mangeln. News und Hintergründe können von kaum einem anderen Medium so direkt und tiefgründig aufgegriffen werden. Ja, natürlich nehmen wir das Programm des Neues Empfangs in unser K4-Fernweh mit auf. Über Feste und Feiern wird genauso berichtet wie über die Planung von Freiflächen, ehrenamtliches Engagement, die Integration zugezogener, Sauberkeit, Sicherheit und andere aktuelle Themen der Klarentaler Bevölkerung. In der Geschäftsstelle des Volksbildungswerkes Klarental werden die Sendungen vorbereitet. Woche für Woche entstehen hier 50 Bildtafeln, die über aktuelle Termine informieren. Veranstaltungshinweise für Jung und Alt, Ergebnisse der Ortsbeiratssitzungen, Ansprechpartner der Nassauischen Heimstätte und hintergründige Tipps für soziale Dienstleistungen ergänzen sich. Von Mietern geschossene Fotos, Bilder aus dem Stadtteil und allgemeine Empfehlungen zu Themen rund ums Wohnen vervollständigen die Bildschleife, die den ganzen Tag über gesendet wird. Bis der Mix aus Videotext, Bildtafeln, Musik und Filmen über jeden angeschlossenen, handelsüblichen Fernseher empfangen werden kann, müssen die Daten mehrmals technisch bearbeitet werden. Einmalig ist die technische Lösung an den sogenannten Kopfstellen des Kabelnetzes. Geist, Bildtafeln, Musik und Filmen. Geist, Bildtafeln, Musik und Filmen, Musik und Filmen, in der Äpfel, Musik und Filmen, Musik und Filmen,'in Wie sie die Daten. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ah, ich nächst nicht. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Der neue Fernsehkanal K4 Klarental ist für die Nassauische Heimstätte ein weiteres Medium, über das sie mit ihren Mietern kommuniziert. Im Stadtteil ist der Sender ein geeignetes Werkzeug für aktive Entwicklung und moderne Mieterinformation und Beteiligung. Auch das kann ja das Ergebnis dieser Neugestaltung beabsichtigen. Tag Herr Schulz, K4 möchte Sie heute besuchen? Ja, der kommt aus dem Atlantik. Sie wollen vom Garten eigentlich gar nichts wissen. Sie kamen von der Landwirtschaft, da sagt meine Schwester hat Landwirtschaft noch gesagt, die hatte Arbeit, mache ich nie. Zu der Gärtnerei bis sie eigentlich zu kommen, weil das Gärtnerei was anderes ist wie Landwirtschaft. Auch Karl-Heinz Junkermann schaut regelmäßig Stadtteilfernsehen. Er hat ganz eigene Vorstellungen, was er von diesem Sender erwarten kann. Besonders interessiert mich erstens Information über irgendwelche Ereignisse oder was auf uns zukommt. Und man wollte den anderen sagen, guckt euch das Fernsehen an. K4, da habe ich mich dran gewirkt, das muss sein. Damit Sie wissen, was es Neues in Ihrer Nachbarschaft gibt. Ihr Schneller Draht zur Nassauischen Heimstätte. Wir bringen Menschen aus Klarental zu Ihnen nach Hause. Fernsehen, bei dem Sie mitmachen können. Einmalig in Wiesbaden und für Sie völlig kostenlos. Wir filmen, was in Klarental wirklich wichtig ist. Woche für Woche, neu, aktuell und schnell. Auch Ihre Termine, Bilder und Grüße werden bei uns gesendet. Kommen Sie ins Stadtteil Café. Hier können Sie auch K4 sehen. K4, das sind wir.